Hallo schön, dass ihr auf unserer Seite gelandet seid. Kopfrechnen ist wichtig. Es erleichtert den Umgang mit Mathematik, erhöht die Rechengeschwindigkeit und trainiert die grauen Zellen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, die Fähigkeiten im Kopfrechnen zu erhöhen. Auf dieser Seite haben wir viele Übungen, Spiele und Wettbewerbe zusammengestellt, mit denen ihr euch im Kopfrechnen verbessern könnt. Probiert jeden Tag ein oder zwei Übungen aus und versucht eure Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verbessern. Nach wenigen Wochen werdet ihr sicher richtige Experten werden.